In dieser zweiteiligen Videoreihe wird die Auszenitisierung von Stahl anhand von Gefügebildern und dem dazugehörigen Zeit-Temperatur-Auszenitisierungsdiagramm, kurz ZTA-Diagramm, erklärt. Im ersten Teil dieser Reihe wird eine Einführung in das Thema gegeben, dann wird das Hochwärmen und anschließend werden die Zeit-Temperatur-Auszenitisierungsdiagramm erklärt. Um diese auf den ersten Blick komplizierten Diagramme besser zu verstehen, wird die Auszenitisierung an einem Vergütungsstahl C45 mit 0,45% Kohlenstoff durchgeführt. Auszenit ist die kubisch-flächenzentrierte Hochtemperaturphase im reinen Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. Um dieses Video besser zu verstehen, sollten im Vorfeld Kenntnisse über das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, kurz EKD, und Diffusionsvorgänge, also Bewegung von Teilchen im Kristallgitter, erlangt worden sein. Hierzu könnt ihr die entsprechenden Videos anschauen. Austenitisierung ist ein Teilschritt bei der Wärmebehandlung von Stahl. Man versteht darunter das möglichst kurze Glühen eines Stahls oberhalb der GSK-Linie. Alle mikrostrukturellen Vorgänge im Gefüge des Stahls sind diffusionsgesteuert. Das bedeutet, dass sich Atome und Leerstellen zum Ausgleich eines Temperatur- oder Konzentrationsgradienten durch die Gitterstruktur hindurch auf ihre neuen Positionen bewegen. Das anschließende Ziel nach dem Austenitisieren ist es, den Stahl zu normalisieren, zu härten oder zu vergüten. Normalisieren bedeutet, ein Feinkorngefüge zu erzeugen und vergüten die Kombination aus Härten und Anlassen. Die Härte und Sprödigkeit eines Stahls ist abhängig von der Bildung der nadelförmigen Phase Martensid. Die hohe Härte beruht auf einer Gitterverzerrung und einer erhöhten Anzahl von Versetzungen in dieser tetragonal verzerrten, kubisch-raumzentrierten Elementarzelle. Die Gitterverzerrung resultiert aus der Einlagerung von zusätzlichem Kohlenstoff, der das Gitter länglich verstreckt. Die hohe Abkühlgeschwindigkeit beim Härteprozess führt zur enormen Zunahme der Versetzungsanzahl in dieser Struktur. Beides, Gitterverzerrung und hohe Anzahl an Versetzungen, resultiert in einer Verformungsbehinderung und somit Festigkeitssteigerung. Unter dem Begriff Austenitisieren werden drei Schritte zusammengefasst. Das Hochwärmen, das Durchwärmen und das Halten. Unter dem Hochwärmen versteht man den Aufheizvorgang. Durchwärmen bedeutet das Erzielen einer gleichmäßigen Temperatur über den gesamten Bauteilquerschnitt und unter dem Begriff Halten wird die vollständige Gefügeumwandlung zur Austenitstruktur verstanden. Beim Hochwärmen wird auf Austenitemperatur erhitzt. Bei unter-eutektoiden Stelen liegt diese ca. 30 Grad Celsius über der GS- oder AC3-Linie. Bei über-eutektoiden Stelen über der SK- oder A1-Linie. Steele bis 2,06% Kohlenstoffgehalt können austenitisiert werden. Für den Härteprozess und somit für die Bildung der härtebestimmenden Phase Martensit während der schlagartigen Abkühlung ist es allerdings nur sinnvoll, Steele zwischen 0,2 und 0,7% Kohlenstoff zu austenitisieren. Unter 0,2% ist zu wenig Kohlenstoff im Stahl gelöst, um ein Martensitgitter mit ausreichender Verzerrung und somit eine Härtewirkung zu erzielen. Bei ca. 0,7% Kohlenstoffgehalt ist der Martensit vollkommen an Kohlenstoffatomen gesättigt und der Stahl erreicht seine maximale Härte. Erhitzt wird dabei auf mindestens 30, maximal 50 Grad Celsius über der GSK-Linie. Die Austenitisierungstemperatur richtet sich immer nach dem Kohlenstoffgehalt im Stahl. In der Stahlqualität C45 der Welle sind 0,45% Kohlenstoff gelöst. Auf dem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm wird die erforderliche Austenitisierungstemperatur für die Welle abgelesen. Diese liegt bei 800 Grad Celsius. Das Ausgangsgefüge besteht sowohl bei Unter-Eutektoiden als auch bei Über-Eutektoiden-Stehlen aus zwei Phasen. Dem kubisch-raumzentrierten Ferrit und dem orthorhombischen Eisenkarbit FW3C, dem sogenannten Zementit. 0,8% Kohlenstoff besteht zu 100% aus Perlit. Perlit setzt sich aus Ferrit und Zementit zusammen, das alternieren streifenförmig angeordnet ist und so das typische zweiphasige lamellare Gefüge bildet. Das Über-Eutektoide-Zweiphasengefüge besteht aus einem Zementit-Netzwerk und Perlit. Das Unter-Eutektoide-Zweiphasengefüge besteht aus Ferrit und Perlit. Das Werkstück wird nun hochgewärmt. So ähnlich wie das EKD die stabilen Phasen im Eisen-Kohlenstoff-System bei theoretisch unendlich langsamer Abkühlung anzeigt, gibt es zwei Diagramme, die den Austenitisierungsvorgang darstellen. Die sogenannten Zeit-Temperatur-Austenitisierungsdiagramme, kurz ZTA-Diagramme. Zeit-Temperatur-Austenitisierungs-Schaubilder geben Auskunft über den Beginn und das Ende der Austenitbildung. Dabei wird je nach Art des Wärmens in das kontinuierliche ZTA und das Isotherme-ZTA-Diagramm unterschieden. Das kontinuierliche ZTA-Diagramm zeigt die Phasenumwandlungen, die ein Stahl während des Aufheizvorgangs durchläuft, als Funktion der Aufheizgeschwindigkeit. Erfolgt die Erwärmung langsam und stetig, so ist das kontinuierliche ZTA-Diagramm ausschlaggebend für den Austenitisierungsvorgang. Wird das Werkstück erhitzt und die Phasenumwandlungen vollziehen sich bei konstanter Temperatur, wird ein Isothermes ZTA verwendet. Das Isotherme-ZTA-Diagramm zeigt die Phasenumwandlungen, die ein Stahl während des Haltens durchläuft, als Funktion der Haltedauer bei konstanter Temperatur. Es ist zum Beispiel bei allen Härte- oder Vergütungsvorgängen ausschlaggebend. Dabei wird das Werkstück auf Austenitisierungstemperatur erhitzt und diese danach gehalten. Anhand des Isothermen-ZTA-Diagramms kann nun bestimmt werden, aus welchen Phasen das C45-Gefüge bei gleichbleibender Temperatur und fortwährender Haltedauer besteht. Dabei darf nicht vergessen werden, dass jedes Eisen-Kohlenstoff-Gemisch ein eigenes ZTA-Diagramm besitzt, welches abhängig vom Kohlenstoffgehalt ist. Wir fassen zusammen. Das Ziel der Austenitisierung ist es, bei geeigneter Temperatur ein vollständig homogenes und rein austenitisches Ausgangsgefüge zu erreichen. Dieser Vorgang ist diffusionsgesteuert. Das heißt, die Atome bewegen sich langsam durch das Gitter hindurch auf ihre Zielpositionen. Auszenitisiert werden Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 bis 0,7%. Bei den Zeit-Temperatur-Auszenitisierungs-Diagrammen wird zwischen kontinuierlichen und isothermen Diagrammen unterschieden. Kontinuierliche ZTA-Diagramme zeigen die Phasenumwandlung während des Aufheizvorgangs als Funktion der Aufheizgeschwindigkeit. Isotherme ZTA-Diagramme zeigen die Phasenumwandlungen, die ein Stahl während des Haltens durchläuft, als Funktion der Haltedauer bei konstanter Temperatur.